Es wurden Sachen gemacht, die ich nie erzählt habe, die echt hart waren, die sehr belastend waren auch. Und das kommt dann alles so hoch. Wann konnte ich das erste Mal annehmen, dass ich wirklich Fans habe? Es waren immer wieder mal so Momente, wo ich sage, boah krass, finde ich cool, dass die Leute das feiern, was ich mache und so. Aber ich glaube, so richtig realisiert und so richtig bewusst, dass ich sage, okay, ich habe wirklich eine starke und harte, heftige Fanbase, war glaube ich 2016, als das erste Mal dieses Mia Julia Ole gegrillt wurde. Also das erste Mal ist es in Deutschland passiert, aber es war noch ein bisschen underground mäßig. Und dann ist es nochmal passiert, eine Woche später im Bierkönig im alten Bereich und da war Ingo damals von der BILD live. Und dann hat es halt gezündet, weil einfach so viele diesen Livestream gesehen haben und einfach alle mitgekriegt haben, okay, der gesamte Bierkönig singt gerade Mia Julia Ole. Und das war krass, weil ich stand da und dachte so, wow, was passiert hier gerade? Die singen gerade für dich, nicht ich für sie, sondern sie für mich. Das ist einfach ein fucking Fangesang für einen, als wäre ich ein Fußbaba rein. Und das ist so, wo ich sage, ich komme da bis heute nicht, jetzt haben wir 2023. Seit 2016 passiert das und ich verstehe es bis heute noch nicht. Und es wird halt nicht nur mal so gerufen, sondern die schreien das raus, die brüllen das raus mit ihrem ganzen Leben. Wenn ich da in die Gesichter schaue, denke ich mir so, alter, krank. Ich habe angefangen und da waren halt viele so gegen mich, haben gesagt, das braucht man nicht, das ist scheiße, keine Ahnung was, sie kann das nicht, sie kommt aus der Erotikszene, sie wollen mich nicht, bla bla bla. Also ich wurde oft sehr niedergemacht, dann ging das so los, dass man erfolgreicher wird und dann war der Neid natürlich auch sehr hoch bei vielen Menschen. Es wurden Lügen erzählt, Intrigen, es wurden Sachen gemacht, die ich nie erzählt habe, die echt hart waren, die sehr belastend waren auch. Und das kommt dann alles so hoch. Wenn dann sowas gesungen wird von meinen Fans, kommt all der Schmerz und die Wut und die Verzweiflung auch. Dieses Gefühl kommt hoch, aber in einem guten Sinne, weil ich sage, ja man, ich habe durchgehalten und das ist einfach der Lohn dafür, dass ich auch durchgehalten habe und nicht aufgegeben habe, weil das vielleicht zu sehr weh getan hat, vielleicht an manchen Tagen. Sondern ich habe immer weitergemacht und habe gesagt, ich mache es für meine Fans. 2013 ist ein Filmteam an mir vorbeigelaufen und jemand hat mir mit seiner fetten Schulterkamera die Kamera auf den Schädel geknallt. Und das war für mich so der Moment, okay, krass, es kommt noch nicht mal Entschuldigung oder so. So wird anscheinend mit Menschen umgegangen und da war so, okay, ich konzentriere mich jetzt darauf, eine Fanbase aufzubauen. Ich wusste nicht, dass es so eskaliert, das war mir nicht klar. Aber ich habe gesagt so, okay, ich kümmere mich um die Leute, die lieb sind zu mir, sprich meine Fans. Die, die sagen, ey, ich mag dich, ey, du machst coole Party oder so. Um die kümmere ich mich, alles andere ist mir scheißegal. Ich schaue nicht mehr nach links, ich schaue nicht mehr nach rechts. Ich mache einfach nur noch alles für meine Fans, egal wo ich bin. Egal, wie schlecht es mir geht, ich bin für die Leute da. Und das ist einfach das, warum mich dann so mir Julia Ullé trifft. Warum ich dann auch manchmal auf Heulen anfange, weil ich einfach genau an diese Tage denke und sage, ja man, ich bin nicht alleine. Meine Füchse sind da und auch wenn du dich manchmal einsam fühlst, du bist nicht alleine. Du musst einfach weitermachen und einfach bei den guten Leuten sein. Und gib einfach einen Fakt drauf, wenn irgendjemand was Böses sagt oder irgendwas Böses will über dich. So. 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 Ohh, Mosul, laptops? Well, turtle, ohne, 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 ohne. So. So. So.